Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht's um Red One, Alarmstufe Weihnachten. Ein Amazon Prime Videofilm, der jetzt aber weltweit vorher ins Kino kommt, mit Dwayne Johnson, 250 Millionen gekostet hat. Was der jetzt am Ende kann, das erfahrt ihr jetzt. Lass gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Sie können ihm keinem nicht trauen, er steht auf der Liste. Du meinst doch nicht. Doch, die Liste. Level 4. Ein unartiger Level 4? Oh, ist das witzig? Im Mittelpunkt der Geschichte steht Cal, der ist der Sicherheitschef des Weihnachtsmanns und als einen Tag vor Weihnachten dieser dann plötzlich entführt wird, ja, steht der ganze Nordpol auf dem Kopf und Cal muss irgendwie versuchen, den Weihnachtsmann wieder zurückzuholen, damit Weihnachten nicht gefährdet wird. Und dafür holt er sich dann Unterstützung, eher widerwillig von Jack, der gilt als einer der besten Menschen, die andere oder Sachen oder Dinge aufspüren können. Und so müssen die beiden zusammenarbeiten und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Wir erfahren so nach und nach, wer denn dahinter steckt und das ist eigentlich ganz nett gelöst und da denkt man, dass vielleicht ein bisschen Tiefe drin wäre, aber hinten raus wird es dann ja wieder zu groß. Der Film möchte zu viel, anstatt das vielleicht in einem kleineren Rahmen, aber der Film ist halt auch extrem teuer gewesen. Deswegen wollten die wahrscheinlich halt auch dementsprechend eine große Geschichte. Das wirkt sehr zusammengestückelt und vor allem einige Figuren sind auch dabei, die wir hier treffen, die auch komplett verzichtbar gewesen wären. Story-technisch leider nicht gut geworden. Zwei von fünf Punkten. Schauspielerisch ist es insgesamt okay. Allerdings Dwayne Johnson spielt halt die Rolle, die er immer spielt. Ein bisschen Augenbraue verziehen, ein bisschen grimmig gucken und dann Leuten mal eine auf die Mütze geben. Mehr ist es nicht. Dann haben wir Chris Evans, der ist noch der Einzige, der ansatzweise mal ein, zwei emotionale Momente bekommt, die aber auch nicht überragend sind. Dazu haben wir noch J.K. Simmons, der ist okay, auch wenn er die meiste Zeit, weil er eben entführt wird, nicht zu sehen ist. Dementsprechend insgesamt der Cast macht gar nichts Besonderes. Das ist Mittelmaß, gerade so, aber wirklich überzeugend war es nicht. Zwei von fünf Punkten. Weiter geht es zum technischen Teil und da haben sie einige coole Ideen mit drin. Dass es interessant aussieht, dass man sagt, oh, das wäre vielleicht spannend gewesen, aber so wirklich was draus machen tut er nicht. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass es vom CGI teilweise sehr unscharf wirkt und ja, insgesamt nicht wirklich realistisch. Also auch einzelne Figuren, die hier drin sind, wirken nicht so wirklich, ja, echt und eher so dazugepackt. Fand ich nicht so überragend. Zwei von fünf Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Am Ende ist Red One wirklich so ein Streamer-Film. Er hat mich sehr an Greyman irgendwie erinnert und er, vom Stil her, dazu kommt ein bisschen dieser angedeutete Witz von Jumanji. Ist ja natürlich auch derselbe Regisseur oder Produzent. Und dementsprechend ist es insgesamt am Ende ein Film, der komplett verzichtbar gewesen wäre. Er macht nichts Besonderes. Er hat ein, zwei nette, unterhaltsame Action-Szenen, die aber doch wieder dann verschnitten sind. Und sonst ist er einfach viel zu lang und viel zu unkonkret im Sinne von, dass er, was will er genau am Ende erzählen. Das ist leider alles sehr, sehr schwammig und nicht gut erzählt und am Ende kein Film, den man sich wirklich im Kino anschauen muss. Ich vermute fast, er wird zu Weihnachten, weil er jetzt eben rauskommt, direkt auf Prime Video starten. Und dementsprechend, da lohnt er sich dann definitiv mehr. Zwei von fünf Punkten von der Empfehlung her, insgesamt dann auch nur acht von 20 Punkten. Kein guter Film geworden. Dementsprechend, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!